Hallo, ich bin Riccardo von der FaktaWir Beratungsgesellschaft. In dem heutigen Video geht es um die Frage, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich eine Immobilie baue? Und vor allem, wie läuft das ab, wenn ich mir professionelle Hilfe hole? Wir haben heute den Peter Ossatnik von der Firma Indicamus hier. Und wir sprechen heute mal darüber, worauf du eigentlich achten musst, wenn du dir eine Baubegleitung für deinen Immobilienbau an Bord holst. Lieber Peter, du betreust ja vermutlich eine Menge Bauprojekte. Wie muss ich mir das vorstellen als Bauherr, wenn ich dich jetzt mit an Bord hole? Was habe ich davon? Und vor allem, wie läuft denn da so die Zusammenarbeit mit dir ab? Also grundsätzlich ist es so, dass wir mit euch als Kunden erstmal abstimmen, welchen Leistungsrahmen ihr sozusagen abgebildet haben wollt. Dabei geht es von, wir sind einmal in der Woche auf der Baustelle, schauen uns den Baufortschritt an, bis dahin gehen, dass man sagt, wir schauen uns wirklich nur die schadensanfälligen Bauabschnitte an. Darunter zählt zum Beispiel, wenn ein Keller gebaut wird, wie ist die Kellerabdichtung ausgeführt. Wichtige Punkte sind, die ich eigentlich jedem Erwerber eines Neubaus empfehle zu begutachten, sind die Einbausituation der Fenster, Abdichtungssituation der Fenster. Erstell, wenn du ein WDVS, also ein Wärmedämmverbundsystem an deinem Haus hast, die Ausführung des Wärmedämmverbundsystems, was auch immer kontrolliert werden sollte, zeitnah nach Fertigstellung ist die luftdichte Ebene, also im Endeffekt die innenliegende Dampfbremse, weil die irgendwann in der Gipskartonbeplankung verkleidet ist und keiner mehr sozusagen sieht, wie ist sozusagen der Zustand dahinter. Da ist es allerdings so, dass selbst bei kleinsten oder kleineren Fehlern es bereits zu sehr großen Folgeschäden kommen kann. Durch Konvektion und aus dem Raum eingetragene, feuchte, warme Raumluft in das kalte Dach kann es dahin gehen, dass ein holzzerstörender Pilz sich dort bildet und irgendwann die Eigenschaften des Dachtragwerks nicht mehr gegeben sind. Okay, das wäre natürlich mega ärgerlich, vor allem, wenn man das als Laie ja auch nicht sieht. Genau. Das heißt, es geht schon darum, egal ob ich jetzt selber Bauherr bin oder ob ich ein Generalunternehmen beauftrage, ich kann ja nicht immer dafür sicher, ich kann nicht immer sicher gehen, dass das alles auch korrekt läuft. Nein, also das Problem ist ja heute, man muss ja immer, immer schneller und für den Veräußerer immer kostenneutraler oder günstiger bauen. Das heißt, dementsprechend sind auch die Fachhandwerker unter Stress, sage ich jetzt mal, und müssen halt im Endeffekt eine gewisse Leistung in einem gewissen Zeitrahmen abliefern. Da kann es halt einfach nun mal auch schnell zu, ich sage mal, Schäden kommen oder zu Arbeiten kommen, die fachlich nicht hundertprozentig ausgeführt sind, aber die als Folge einen großen Schaden produzieren können. Das Gleiche gilt jeder Handwerker. Wir sind nun mal im Handwerk. Es ist ein Werk, das mit Händen geschaffen wird, vor Ort auf der Baustelle, nicht industriell wie zum Beispiel die Herstellung eines Autos. Jeder kann auch mal einen schlechten Tag haben und so ein schlechter Tag kann, ich sage mal, dazu führen, wenn die Abdichtung der bodentiefen Dusche, die du unbedingt haben möchtest oder was ja heute Standard ist, wenn da eine kleine Leckage ist und über einen langen Zeitraum viel Feuchtigkeit in zum Beispiel die Fußbodenkonstruktion eindringt, das natürlich zu erheblichen Schäden führen kommt. Und habt ihr jetzt natürlich noch ein Holzhaus oder eine Holzbalkendecke und die Feuchtigkeit dringt da über Wochen, Monate, also ohne dass man es sieht ein, können die Folgeschäden locker in fünf- bis sechsstellige Summen gehen sozusagen. Naja klar und das sieht man natürlich auf den ersten Blick nicht und dann irgendwann hat man vielleicht einen Neubau gekauft, trotzdem hat man natürlich noch ein paar Jahre dann erhebliche Schäden. Und wie reagieren da so die Bauträger drauf, wenn du dann da vorbeikommst? Also in der Regel ist es ja so, dass die Bauträger immer hundertprozentige Leistungen abliefern, laut ihrer Aussage. Aber das ist meine Erfahrung, es gibt die und die Bauträger. Manche Bauträger sind sehr, sehr, freuen sich sogar darüber, dass nochmal ein externer, dritter, neutraler, vor allem neutraler sich die Baufortschritte anschaut, weil die natürlich auch ein Interesse haben, ihren Kunden glücklich zu machen. Es gibt aber auch die anderen Bauträger, die andere Seite, die halt sagen, was willst du denn mit dem? Wir machen das schon immer so, wir arbeiten seit 50 Jahren auf dem Markt, wir haben gar keine Probleme und das ist doch nur rausgeschmissenes Geld, was du da jetzt machst. Und da ist es halt immer schwer, beziehungsweise die sträuben sich dann auch relativ häufig dagegen, was ich dann feststelle, am Ende auch umzusetzen. Obwohl es eigentlich aus regeltechnischen Hintergründen eindeutig ist, sagen die einfach, wir machen das doch immer so, warum soll ich es jetzt bei dir anders machen? Ah, okay. Aber wäre es dann so, dass man dann als Kunde darauf beharren sollte oder hast du dann eine gewisse Toleranz, wo du sagst, naja, okay, das kann man jetzt schon so machen? Also grundsätzlich kann ich da halt nur sagen, ja, es gibt grundsätzlich Sonderlösungen, die können funktionieren. Man muss aber wirklich dann auch schauen, wie ist diese Sonderlösung ausgeführt. Und ihr müsst euch immer vorstellen, eine Sonderlösung ist immer eine Abweichung vom Zustand, wie es eigentlich nach den entsprechenden Regelwerken ist. Diese Regelwerke sind hier in Deutschland extra oder explizit dafür da, dass man aufbauend auf sehr vielen Erfahrungen, die man über Jahre gesammelt hat, ein Bauteil herstellt, wo man davon ausgehen kann. Das funktioniert auch. Bei Sonderlösungen ist es dann häufig so, da hat halt der Generalunternehmer, der Handwerker, hat für sich die persönliche Erfahrung gemacht, ja, okay, es reicht, wenn ich die Abdichtung ein Zentimeter nach oben hochführe, aber die Regelwerke sagen 15 Zentimeter. Kann gut gehen, kann aber auch sehr schnell in die Hose gehen. Und wenn du als Kunde dann vom Handwerker dahingehend so weit beraten wurdest und ihm das freigibst, dann hast du, ich sage mal, das Problem am Ende. In der Regel ist es allerdings so, diese Sonderlösungen werden ohne Wissen vom Auftraggeber, also von euch als Häusle-Bauer durchgeführt und dann ist es halt als Mangel zu deklarieren, weil es ist eine Abweichung vom Soll-Zustand zum Ist-Zustand. Okay, ja, interessant, spannend. Sehr wichtig, wie ist das, wenn ich jetzt mit dir arbeiten möchte, was kostet mich so eine Dienstleistung? Das ist natürlich immer abhängig vom beauftragten Volumen. In der Regel ist es so, wenn wir bieten in der Regel vier Ortstermine an für die neuralgischen Punkte, Kellerabdichtung, Herstellung WDVS, Einbau von den Fensterelementen, Abnahme der luftdichten Ebene. Das sind halt so die Kernpunkte, die wir in der Regel empfehlen. Nach oben hin ist natürlich kein Limit. Ich kann auch jeden Tag auf die Baustelle kommen, aber das ist eigentlich aus wirtschaftlicher Betrachtung nicht sinnvoll. Es ist so, wir stimmen mit euch im konkreten Fall ab. Wo macht es Sinn, hinzugezogen werden? Häufig sagen wir auch einfach so dem Kunden, wir bieten euch jetzt erstmal die vier Termine an, wo wir wissen, die müssen abgenommen werden. Und wenn ihr irgendwo Bauchschmerzen habt, ruft uns an. Wir sprechen über das, wo du, sag ich mal, ein Fragezeichen hinterstehen hast. Und dann entscheiden wir spontan oder objektspezifisch, beziehungsweise von der Problematik her, macht es Sinn, dass ich da nochmal hinzukomme. Wir machen auch viel digital, das heißt, ihr könnt uns dann auch Fotos schicken. Ich schaue mir das erstmal auf ein Foto an. Und wenn ich am Foto schon feststelle, das ist nicht so ganz koscher, was da ist, dann kann ich euch immer nur empfehlen, holt uns nochmal hinzu. Aber wie gesagt, ich kann euch nicht zwingen. Und es ist halt nur immer eine Empfehlung. Gut, also von dem Kostenrahmen, wie ich eben ja schon gesagt habe, ist es natürlich immer abhängig vom beauftragten Volumen. Aber ihr könnt in der Regel damit rechnen, wenn wir die vier Ortstermine anbieten, seid ihr zwischen 1.500 und 2.000 Euro dabei. Es ist natürlich dann auch wieder abhängig, wenn ich Mängel in nicht unerheblicher Zahl feststelle, muss ich natürlich diese Mängel auch irgendwo zu Papier bringen. Und dementsprechend würden da natürlich noch Folgekosten generieren oder entstehen, die man aber im Vorfeld eigentlich nicht abschätzen kann. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es so, die Kosten für diese vier Ortstermine belaufen sich auf um die 2.000 Euro. Hast du denn konkret ein Beispiel, wo du so eine Prüfung gemacht hast und wo du dann festgestellt hast, dass dann der Bauträger im Nachgang was anpassen musste? Ja, da ist es häufig so, gerade bei der Abnahme der luftdichten Ebene ist es so, dass ich eigentlich in 90% der Fälle irgendwo Leckagen, Fehlstellen an der luftdichten Ebene feststelle, die, obwohl sie recht klein sind, zu großen Folgeschäden führen können. Da ist halt die Problematik, die luftdichte Ebene wird relativ schnell vom Bauträger, vom Handwerker mit der Gipskartonbeplankung verkleidet, sodass man darauf halt keinen Einblick mehr hat. Beim dann notwendigen anschließenden Blower-Door-Test, der bei Neubauten gefordert wird in der Regel, fällt dieser Mangel dann nicht auf. Aber spätestens, wenn, sage ich mal, irgendwo eine Steckdose in die Gipskartonbeplankung eingebracht wird und die nicht luftdicht ist, kann es durchaus dazu führen, dass warme, feuchtete Raumluft in die Dachkonstruktion eindringt, dort abkühlt und dazu führt, dass die Dämmung durchfeuchtet, die Holzkonstruktion irgendwann eventuell von Holzerstellen und Pilzen befallen wird und das natürlich zu erheblichen Schäden führen kann. Ja, das ist aber auch total wichtig, finde ich, weil gerade dann, wenn man halt nochmal eine dritte oder zweite, dritte Meinung bekommt, geht man ja auf Nummer sicher. Gerade wenn man halt dann so eine Immobilie fast fertig stellt und macht wirklich komplett alles zu, legt den Boden, verputzt die Wände. Man kann ja, wie du schon gesagt hast, auch nicht später, also zumindest nicht ohne Aufwand, mal eben substanziell schauen, ob alles korrekt ist. Nein, definitiv, definitiv nicht. Und deshalb macht es ja auch schon Sinn, während dieser Bauphase dann euch einzuspannen. Ja, prima. Vielen Dank für die kurzen Ausführungen dazu. Wenn ihr konkret euren Bau plant und wenn ihr Fragen habt oder auch mit dem Peter zusammenarbeiten wollt und seiner Firma, dann kontaktiert uns oder auch gerne den Peter. Wir werden die Kontaktdaten unten nochmal in dem Video verlinken. Wir werden in Zukunft auch noch weitere Videos rund ums Thema Bauen und Bestandsimmobilien, Sanierung machen mit dem Peter zusammen. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Gerne, danke für die Einladung. Gerne und dass du kurz uns Einblicke gegeben hast. Ja, und euch alles Gute und viel Erfolg bei eurem Bauprojekt. Ich hoffe, dass du hier quotidien mit Costa Rica ant debenst. Untertitelung des ZDF, 2020